Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem DER DOGPOD YouTube Kanal. In den letzten Wochen, in den letzten Monaten habt ihr unsere Videos zunehmend geschaut und habt immer wieder Fragen gestellt. Wir haben echt gute Diskussionen gehabt. Wir haben natürlich auch problematische Gespräche gehabt. Und eine Sache ist immer wieder angemahnt worden, nämlich die Genauigkeit des PCR-Tests und die Frage, was weist der eigentlich nach? Und genau um diese Frage werden wir uns jetzt kümmern, direkt nach dem Intro. Wie genau der PCR-Test funktioniert, das habe ich euch jetzt schon zweimal erklärt. Es gibt zwei Videos dazu, eins war direkt letzte Woche. Und als Reaktion auf dieses Video haben wir viele Kommentare bekommen und ich möchte auf einige der Kommentare heute mal eingehen. Der Hauptkommentar, der Hauptkritikpunkt war, die PCR weist nicht die Infektion mit dem Coronavirus nach, sondern nur Genfragmente des Virus. Und das war immer wieder geschrieben und das haben ganz viele Leute gesagt. Wir zweifeln gar nicht an der Methode an sich, aber die Interpretation ist falsch. Ich habe mich dafür extra nochmal mit einem an der Universität tätigen Mikrobiologen zusammengesetzt und wir haben besprochen, was weist denn die PCR eigentlich nach? Und jetzt kommt die Aussage, die selbst mich so ein bisschen erschreckt oder schockiert hat und die einfach mal in den Raum zu stellen ist. Die PCR ist 100% sicher. Es gibt keine falsch-negativen Resultate. Wie kann das sein? Wir haben ja gesagt, die PCR weist Gensequenzen nach. Wir geben in die PCR-Lösung bestimmte Primer rein. Die Primer erkennen bestimmte Gensequenzen, die dann wiederum immer und immer und immer wieder vervielfältigt werden, bis man sagen kann, ja, dieses Gen ist hier enthalten oder aber auch nicht. Jetzt ist die Überlegung, okay, ich könnte ja, wenn mich jemand anhustet, ich ein paar Virusfragmente auf die Rachenschleimhaut bekomme, die aber von den dort ansässigen Immunoglobulinen, also Antikörpern, IgAs, sofort eliminiert werden und es nie zu einer Infektion kommt und ich auch nie infektiös werde, aber in diesem Moment abgestrichen werde, dann wäre das Erbgut des Virus ja in der PCR nachweisbar, weil es ist trotzdem da, ich bin nie infiziert gewesen. Und das ist ein Denkfehler. Das ist ein häufig gemachter und ganz essentieller Denkfehler, weil, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die PCR kann ein einziges Gen, einen einzigen Strang nachweisen, aber dazu muss sie ganz, ganz viele Zyklen ablaufen. Und wir bekommen ja als Ergebnis der PCR nicht nur ein qualitatives Ergebnis, also ja, Virus ist da, ja, positiv, sondern auch ein quantitatives Ergebnis, nämlich so und so viele Zyklen wurden durchlaufen, bis das Virus nachweisbar war. Das heißt, so und so oft wurde versucht, irgendwas zu finden, bis man es dann wirklich gefunden hat. Und die Menge an Zyklen, die noch als positives PCR-Ergebnis zählen, also so ungefähr 30 Zyklen, wenn die PCR dann positiv ist, dann haben wir ganz sicher ein replizierendes Virus. Das heißt, die Menge an Virus-DNA, die wir damit nachweisen, benötigt eine Replikation. Und jetzt stellt man sich ja die Frage, wie definieren wir eigentlich Infektion? Wir haben immer gesagt, ein positives PCR-Testergebnis ist eine Infektion, aber was ist eine Infektion mit einem Virus denn eigentlich? Und da herrscht das häufige Missverständnis, eine Infektion ginge mit Krankheitszeichen einher. Also mit den klassischen Symptomen wie Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Husten, Fieber und so weiter. Das stimmt nicht. Eine Infektion im virologischen Sinne bedeutet, das Virus hat eine Zelle geentert sozusagen, also betreten über diesen berühmten ACE-Rezeptor und hat sich in dieser Zelle vervielfältigt, die Zelle gesprengt, Viren nach außen ausgeschüttet, um dann wieder eine neue Zelle zu befallen. Das heißt, viele Viren befallen dann wieder viele Zellen. Diesen Vorgang nennt man Replikation und eine Infektion liegt dann vor, wenn Virus repliziert. Das heißt, wenn Zellen befallen sind. Und der PCR-Test wird nur als positiv gewertet, wenn so viel Virus da ist, dass man sicher sagen kann, dieses Virus hat repliziert. Und gleichzeitig sind in der PCR-Maschine bestimmte Testlösungen, wo man ganz genau sagen kann, da ist so und so viel Virus drin, da ist so und so viel Virus drin. Und wenn es nur kleinste Abweichungen gibt, die mit diesen Testlösungen nicht oder nur halbwegs nicht kompatibel sind, dann wird der Zyklus wiederholt. Die PCR als Methode kennt also keine Fehler. Eine zweite Überlegung, die sich daraus ergibt, ist natürlich gar nicht so blöd. Wenn ich nämlich jetzt geimpft bin und Virus abbekomme, dann heißt das ja nicht, dass das Virus sofort wie gegen eine Mauer prallt und mir nichts anhaben kann. Sondern das ändert natürlich die Zellen und repliziert natürlich, aber dann kommen relativ schnell Antikörper und die zelluläre Immunabwehr und macht das Virus und die befallenen Zellen platt. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich in der PCR nachweisbar. Das heißt, Geimpfte können theoretisch auch PCR-positiv sein. Das sagt auch mein mikrobiologischer Freund. Und das ist natürlich schon eine Überlegung, die sich noch gar keiner gemacht hat. Wie gehen wir denn eigentlich damit um? Und eine zweite Überlegung noch in Bezug auf den mRNA-Impfstoff hat mich diese Woche beschäftigt. Nämlich die Frage, für welche Patientengruppen der wirklich gefährlich sein könnte. Wir haben ja gesagt, die mRNA lässt sich nicht in DNA übersetzen. Das bedeutet, die mRNA ist im Körper drin, wird ausgelesen und zerfällt oder zerfällt unausgelesen. Die mRNA hat eine Halbwertszeit von nur wenigen Minuten. Es gibt keinerlei Chance, dass die in DNA eingebaut wird, weil wir keine reverse Transkriptase haben. Ein Enzym, das RNA in DNA einbauen kann. Es gibt allerdings eine Patientengruppe, die dieses Enzym tatsächlich hat. Und das sind HIV-Patienten. Denn das HIV-Virus bringt seine eigene reverse Transkriptase mit. Ich möchte also zu Bedenken geben, dass für diese Menschen der Impfstoff durchaus problematisch sein könnte. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Ich denke aber, da sollten wir sehr vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf den Impfstoff. Am Dienstag wurde der erste Mensch ganz regulär in Großbritannien geimpft. Eine 90-jährige Dame und Respekt davor. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich konnte heute einige Fragen klären. Nämlich die Frage, wie sicher ist die PCR und kann die PCR auch inaktives Virus nachweisen? Sprich, kann es sein, dass die PCR eine Infektion gar nicht nachweisen kann? Und da wissen wir jetzt ganz klar, nein. Die PCR weist eine Infektion zu 100% nach. Punkt. Das ist nichts, was es zu diskutieren gibt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es sein kann, dass geimpfte Patienten trotzdem in der PCR positiv sind. Was natürlich schon interessant ist. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wie das mit HIV-Patienten ist. Weil die ja eine reverse Transkriptase haben. Und die tatsächlich von einer Impfung mit mRNA nicht unbedingt profitieren könnten. Es wäre interessant zu wissen, wie das ausgeht und ob das wirklich stimmt. Es wäre übrigens auch interessant, das muss man einfach mal sagen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, dem Video ein Like gebt, kommentiert, 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 wenn es geht sinnvoll und vernünftig. Und unsere anderen sozialen Medien abonniert, als da wären Facebook, Instagram und YouTube. Bis nächste Woche, bleibt gesund und na klar, geht 18 mit euch um.